Wie geht es dir denn gerade in dieser Zeit? Fühlst du dich verloren im Chaos? Bringst du all die Dinge, welche du ordnen möchtest, nicht mehr auf die Reihe? Bist du erschöpft? Verlierst du dich im Gedanken? Kannst du dich schlecht auf das Hier und Jetzt konzentrieren? Die Elemente- und Chakrenarbeit ist eine wunderbare Unterstützung in der jetzigen Zeit. Denn die Seele möchte gereinigt sein, wie der physische Körper. Durch eine intensive tägliche Reinigung und dem Integrieren der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, kehrst du mehr und mehr in deinem Herzen ein. Hole dir die Kraft und Heilung durch eine effektive Unterstützung deines energetischen Systems mit den Elementen. Erfahre jetzt mehr dazu.